Herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo. Mein Name ist Melina Meyer, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Zürich. Gerne möchte ich Ihnen beweisen, weshalb ich die richtige Person für ihre Stelle bin. Ihrem Anforderungsprofil konnte ich entnehmen, dass sie jemanden suchen, der teamfähig ist, Erfahrung hat und eine selbstständige Arbeitsweise pflegt. Gerne möchte ich kurz erläutern, weshalb ich diese Anforderungen erfülle. Als Mitarbeiter zeichne ich mich vor allem durch hohe Motivation, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung aus. Menschen zu beraten und zu unterstützen macht mir grosse Freude. Zudem habe ich bereits Erfahrung als Assistentin im Personalmanagement und sehe mich daher auch in der Zukunft in diesem Bereich. Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich, von Ihnen zu hören. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.